Okay, es sind genau zwei Sekunden seit meiner letzten Aufnahme vergangen, also jetzt hier in, äh, äh, Videorekordaufnahmeland und, ähm, ja, ich dachte mir, bevor ich jetzt sage, okay, ist das jetzt Ende oder nicht, spring ich da jetzt einfach rein und, ähm, schau da einfach mal. Also, when I found you attached to a giant glowing orb buried deep beneath the earth, I didn't know what to think. You know, when you left, the world was, it just got fucked, and you know what? The world was pretty damn fucked to begin with. Ugh, part of me wanted revenge for what you had done to my life, and another part wanted to save you from whatever had taken you from me, but, ugh, you know, I think I see the whole picture now. So, when I saw you down there, on that weird, creepy, glowing orb, I, I think I understand, we, we're just different people in your life. As we shared our last exchange as a final parting gesture, you wriggled your foot at me, and, something deep inside me told me it was time to say goodbye. Ich weiß nur, wo die Bombe, oh nein, das kann doch nicht euer scheißernst sein. Ihr seid solche Wichser. Ah! Außer man, ich hab keine Zeit für so eine Scheiße. Da, fuck! Die Musik! Was ist hier los? Hier ist all over the place. Der, das Problem ist, wie soll ich das denn in sechs Minuten schaffen, wenn ich es in einer guten Stunde geschafft hab, die ganze Kacke hier durchzumachen? Das mit der Musik macht es nicht besser, ihr Affen! Ah! Fünf Minuten. Ah! Oh, Gott. Okay, ich hab, ich hab, ich hab keine Zeit auf irgendwas zu achten. Ich muss jetzt einfach durchziehen hier. Tschüss. Ähm. Alles klar. Ah, scheiße. Alles klar. Oh, scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich will nicht die Bombe berühren. Okay. Aber die muss ich, glaube ich, berühren, tatsächlich. Okay. Oh, hi. Na, alles fit? Oh, Gott. Vier und halb Minuten noch. Nein! Oh, lass mich! Lass mein Volk ziehen! Okay, hi. Oh, Gott. Es geht ab. Oh, mein Gott. Okay, verstecken kurz. Oh, jetzt verstehe ich auch, wofür der Haken da ist. Oh, mein Gott. Das ergibt alles Sinn. Oh, Gott. Nicht unbedingt Sinn, den ich, äh, großartig mag und, äh, zu schätzen weiß, aber es ergibt tatsächlich gerade alles einen Sinn, so ein bisschen. Nicht, dass ich darüber jetzt erfreut bin. Den ganzen Scheiß, ich habe ja im letzten Paar, glaube ich, gesagt, ich freue mich, äh, ich würde den ganzen Fick mich nochmal machen wollen und jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen, aber, wer hätte es gedacht? Rückwärts, tatsächlich! Oh Gott, ich habe so viel Zeit schon verloren. Wie, wie, wie kann das zu so einer Situation so eine fröhliche Musik sein? Ich verstehe es, nicht? Bitte! Danke! Gib das her! Okay, cool. Du verpiss dich! Danke! Oh Gott! Ich habe doch keine Zeit! Oh Gott! Oh Gott! Alles klar! Oh, scheiße! Nein! Okay, okay, okay. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ah, der stresst! Der stresst so hart! Oh Gott! Okay! Und tschüss! Okay, okay, hey, hey! Zurück ist irgendwie einfacher! Wer hätte es gedacht? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Zwei Minuten noch! Ich bin gerade mal bei U9 Obwohl, was heißt gerade mal? Das ist eigentlich ziemlich gut Für meine Verhältnisse, würde ich mal Ganz stark behaupten, oh mein Gott, ich komme da nicht rüber Ich bin zu blöd dafür, ich schaffe das nicht Ich hoffe, sowas zu sagen Halt deine Schnauze, du schaffst das Okay, wenn du das sagst, dann glaube ich dir Oh mein Gott, ich kann mit Stresssituationen nicht umgehen Geh da hoch Okay, raus, raus, raus So, was haben wir hier? Ach, nett Okay, ach, scheiße, danke Alles klar, gut, ich muss da tatsächlich Nein, so funktioniert das nicht Rein und wieder raus So sparen wir ein bisschen Leben Ach, du Arschloch, okay Oh Gott Oh Gott Den nicht berühren, den nicht berühren Den zu berühren ist nicht gut Oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott, mein Pad vibriert so hart gerade Es ist noch eine Minute, elf Okay Nimm das Und wir gehen raus hier Nimm Oh, scheiße Leute, ich schaff das nicht Das ist keine Chance Ich schaff das nicht Mein Pad, das vibriert so hart gerade Warum tut es das? Oh nein Nein, warum tut es das? Nein, 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 nein Okay, den Bleib ruhig Hier rüber Darauf Okay Okay, okay, okay Gib Gas Gib Gas, Kollege Oh, es vibriert so hart Oh mein Gott, das Pad, das vibriert so verdammt hart, Leute Oh, scheiße Ich kann so nichts sehen, wenn das so vibriert Noch 10 Sekunden Oh Gott Ich sehe das, das sehe nix Nein 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 Ich war doch fast draußen So vibriert übrigens das Pad gerade die ganze Zeit Oh, okay, habt ihr jetzt nicht mitbekommen Oh Leute, ist das ein Stress Ist das ein Stress Oh mein Gott Habt ihr Bock auf ne zweite Runde? Ich auch, let's go Und los geht's Oh scheiße, die Zeit wirft gar nicht ab Moment Ach ja, ich muss den ja erstmal hier triggern Oh, tu skip, mach ich doch Ah, okay Falsche Taste So Ich wäre jetzt fast, äh, komplett umsonst wieder zurückgelaufen Ein bisschen aufgefallen ist, dass die Musik nicht stimmt So Haha Okay, so Jetzt aber Profi-Style hier Fuck Komm schon, das hat davon auch alles so super funktioniert hier Okay So Jetzt weiß ich tatsächlich, was mich erwartet Ich meine, ich wusste es auch schon vorher Aber, äh, diesmal so So, really und so Und Wir werden mich bei vielen Sachen nicht länger aufhalten als nötig Weil diesmal werden wir das mit einer Topzeit schaffen Weil ich glaube, ähm Auf diese ganze Leben darf ich gar keine Rücksicht nehmen Ich muss durch Weil je länger ich versuche, einen Perfekten Timing-Dings abzuwarten Gehen mir halt so kostbare Sekunden flöten Gut, das war schön Nein Oh, fuck Fuckerlacker Ding Dong Mein Kollege, den sich, also der Kollege, den sich erst schon übrigens zusammengebastelt hat Äh, wurde anscheinend von irgendeinem Nuke Äh Äh, hineingezogen oder was auch immer Oh, fuck Was halt auch nicht so, äh, vorteilhaft ist Anscheinend Auf jeden Fall war Ash, äh, ziemlich mad Weil, äh, sein Kollege ihn verlassen hat Er hätte richtig cool sein können Aber, naja, so sind halt die Freunde, ne Nichts, äh, bleibt für ewig Das soll man da tatsächlich machen So, hier hab ich tatsächlich verdammt viel Zeit verloren Weil ich halt auf den, äh, perfekten Scheiß gewartet hab Ich meine, gut, ein bisschen abwand muss ich auch Aber ich muss halt sofort die Möglichkeit nehmen, sobald ich sie sehe Damit mir halt nicht so, ah Damit nicht so viel Zeit flöten geht Weil es auch ein bisschen dämlich ist Wenn ich jetzt permanent sterbe, verliere ich ja auch noch Mega viel Zeit Und darf den ganzen Scheiß sogar tatsächlich dann nochmal von vorne machen Was ein zweischneidiges Schwert ist, so Mega öde Okay Schau, da war ich zu früh Okay, ähm Ey, wisst ihr, was das, was, was das für ein Stress vorhin war Als das Pad Es wurde immer stärker von der Vibration her Ich dachte, es ist kaum auszuhalten Und das dann dauerhaft Und dann noch mit dem Bildwackel Es war halt echt nicht cool Oh mein Gott, das, was ich mache, auch nicht Okay, ich stehe ja trotzdem immer noch ein bisschen unter Druck, Leute So, also hör mal bitte auf Nur diese Faxen zu machen, wäre ganz nett Geh weg Oh Gott Okay Danke Oh Gott, ey Ich wusste, dass ich die Scheiße nicht gegriffen habe Ach, richtig öde Jetzt Oh mein Gott, das war eine Millisekunde zu früh Das war eine Scheiße Oh mein Gott, was war das denn jetzt Oh, ich hasse es, wenn es wackelt Das ist nicht gut Das hat mich noch ein bisschen vor mir Und auch nur noch zwei Minuten Oh mein Gott, ich mache es schon wieder Oh Gott, der Sprung, ey Oh, du gehst einfach mal wieder zu Ja, ist okay Die zwei Minuten Die nehmen wir uns So, gar kein Problem So, hier habe ich auch ziemlich viel Zeit verplempert Ja, ich denke, das wird jetzt auch nicht anders sein So, aber ihr seht, ich bin ein wenig gechillter als vorher Das ist, äh, ganz gut eigentlich Ach, mein Gott, wieso kommst du da nicht ran So Okay, nur noch acht Ach, scheiße, ich wollte ja, äh, ich sollte Den hier Den, so, gut, 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 gut Der war first try Den Den Rüber Hoch Weg Gut So, das hier ist eigentlich auch nicht so das Problem Ich darf mich nur nicht von einer Bulle treffen lassen Ja, jetzt fängt es fett wieder an zu vibrieren Gott, ist das schön Okay Ja, ich habe nur noch eine Minute Zeit Oh mein Gott, wie schnell diese Scheißzeit vergeht hier Ich glaube das nicht Nein Oh Gott, äh, es vibriert jetzt wieder so hart, ne Los, hoch Hoch, 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 hoch 40 Sekunden Los, 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 los Keine Zeit für so einen Blödsinn hier Alles klar Schön Schön, 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 schön Oh Gott Oh Gott, nein Oh Gott, nein Häng dich ran Los, gib einfach rüber Was jetzt? Weg hier Weg Was soll ich machen? Rinn Ja Ich hatte noch 5 Sekunden auf dem Climber Oh yeah Oh shit Huh Warum zum Teufel grinst du? Oh scheiße, ist es vorbei? Jetzt so So richtig, richtig vorbei Wow Oh Schön Es ist vorbei Oh ja Ach Großartig Oh mein Gott Das hat aber wirklich Spaß gemacht Auch wenn es, wenn es geraged hat oder so Aber Ach Uh Test das In some kids bei so einem Mall Nice Schön Oh ich schütze auch ein bisschen Also das war halt wirklich jetzt Das war ein schönes Finale Es hat sich halt extrem geil angefühlt Es war ein bisschen Puh Ein bisschen anstrengend, ja Wahnsinn Ich bin immer so ein bisschen hin und weg Wenn ich die Credits von dem Spiel sehe Was ich durchgespielt habe Und es ist tatsächlich auch mal wieder ein Spiel Was ich auf meinem Channel durchgespielt habe Man mag es kaum glauben Ich habe tatsächlich mal wieder was beendet, Leute Also Wenn das mal nicht ein Applaus wert ist Ich habe nichts abgebrochen What Ja ich denke dann Nächste nehme ich dann wieder Shadows of the Colossus in Angriff Und dann mache ich Kingdom Hearts weiter Ne Was haltet ihr davon Ja unter anderem Richtig Aber ich habe doch noch ein anderes Projekt Was ich auch noch dazwischen schieben will Oh mein Gott Ich bin so ein Trottel Aber gut Ich bin einfach gerade so froh Boah war das anstrengend Ach Das war echt gut Hat echt unglaublich viel Spaß gemacht Das Spiel Und als ich sagte Ich gucke mal wegen den 100% Ich denke das werde ich nicht tun Ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll Ihr seht das Projekt Oh mein Gott Ihr seht das Projekt erstmal als beendet Puh The end is nigh Wahnsinn The end Oh mein Gott 2474 Tode Und 6,5 Stunden habe ich gebraucht Um das Spiel durchzuspielen Wahnsinn Ja Speedrun ne Würde ich sagen Uiuiui Okay Leute Ich denke das ist ein schöner Moment Einfach mal auf Wiedersehen zu sagen Ich hoffe es hat euch genauso viel Spaß gemacht Mir Wie mir Wie mir Kann man auf komplette Sprachfehler reinhauen Und ich hoffe wir sehen uns dann Bei meinem nächsten Projekt wieder Bis dahin Als Barracks Tschüss Ciao Und Toodaloo Gott wie gut Oh Ich freue mich so Oh schön Macht's gut Leute Es ist Ich freue mich Ich recuerde産 什 good Nichts Ich cream Es